Guten Tag, mein Name ist Carsten Mumm. Ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel und auch heute wurden wichtige volkswirtschaftliche Daten veröffentlicht, die einem einen Eindruck darüber geben, wie gravierend die realwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind. Zum einen wurde in Deutschland ein wichtiger Konsumentenstimmungsindikator, der GfK-Konsumklimaindex, veröffentlicht, der innerhalb eines Monats von 8,7 Punkten auf 2,7 Punkte zurückgegangen ist. Das ist ein förmlicher Einsturz. Vor allen Dingen die Einkommenserwartung und die Konsumneigung in Deutschland ist deutlich zurückgegangen und das resultiert natürlich daraus, dass die Menschen sich Sorgen machen um einen möglichen Jobverlust und vor dem Hintergrund geplante Konsumausgaben zunächst einmal schieben. Immer mehr in den Fokus rückt aber die Situation in den USA. Zum einen, weil dort die Anzahl der Neuinfektionen mittlerweile rasant ansteigt. Die USA liegen mit 70.000 registrierten Infektionen mittlerweile weltweit auf Platz drei nach China und Italien. Aber auch, weil sich hier natürlich oder drüben natürlich die wirtschaftlichen Perspektiven eintrüben. Heute wurde veröffentlicht die Anzahl der Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung und dies innerhalb von einer Woche von knapp 300.000 auf über drei Millionen angesprungen. Der Hintergrund ist, dass wir in den USA einen sehr, sehr flexiblen Arbeitsmarkt sehen und die Unternehmen sehr, sehr schnell eben mit Jobstreichungen auf sich eintrübende wirtschaftliche Aussichten reagieren. Es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, inwieweit das gleichzeitig vom US-Kongress verabschiedete Fiskalpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar gelingt oder inwieweit es dazu angetan ist, die Lage zu stabilisieren. An den Märkten sehen wir heute an den internationalen Aktienmärkten sehen wir heute nur leichte weitere Kursverluste. Wir werden sie auch in Zukunft weiterhin auf dem Laufenden halten. Schauen Sie vorbei bei uns auf der Homepage www.donner-reuschel.de oder folgen Sie uns auf den sozialen Medien auf LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook oder auch Instagram.